7,5 ist das Ergebnis für Nader Elsa-Kloth und damit derzeit der dritte Platz. Alles der Kollege jetzt in der Bahn mit Kassan und die 206 mit dem Rheinland-Fahrfall Dumensee. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 8,4 ist das Ergebnis für Nader Elsa-Kloth und damit derzeit im Moment die Führung dieser Prüfung. Es geht weiter mit Pia-Katharina Sperling für den Rheinverein Bad Schwanter und Cinderella, die 304.